Herr Dr. Bauerfeind, Jack Cusick stellte heute die Daten der IBIS-Studie vor, vielmehr die verlängerten Daten der IBIS-Studie. Eine Studie, in die Frauen eingeschlossen worden waren, die ein erhöhtes Risiko haben, an Brustkrebs zu erkranken. Was war denn, die Studie war ja bereits schon vorgestellt worden, an früheren Konferenzen, was war denn heute neu? Also, er hat die Zahlen einfach aktualisiert. Er hat berichtet, wie es jetzt nach 20 Jahren aussieht, dass man tatsächlich das Tamoxifen nimmt. Wir müssen die IBIS-Studie nochmal erklären. Es ist eine Studie, wo eigentlich Frauen, die gesund sind, ein Medikament bekommen, um Brustkrebserkrankungen zu verhindern. Wir haben vorhin ja noch alle mal nachgeschaut. Also es sind Frauen eingeschlossen worden, die ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs haben, wobei es nicht definiert worden ist, welche Art dieses Risiko ist. Wir gehen davon aus, dass eben in der Familie schon irgendwelche Vorfahren an Brustkrebs erkrankt sind und dass eben Frauen deswegen Tamoxifen für fünf Jahre genommen haben. Und neu ist, wenn man so will, dass auch der Effekt nach 20 Jahren anhält. Diese Studie ist positiv. Es gibt also einen eindeutigen Vorteil, wenn man fünf Jahre Tamoxifen als gesunde Frau nimmt, erkranken einige Frauen weniger an Brustkrebs. Und dieser Effekt lässt sich auch nach 20 Jahren sehr gut darstellen. Er hat das mit der Anzahl der Frauen erklärt, die man behandeln muss. Es müssen 22 Frauen Tamoxifen nehmen, damit eine nicht an Brustkrebs erkrankt. Er sagte ja auch, dass einfach die Inzidenz von Brustkrebs, also das Auftreten von Brustkrebs von Jahr zu Jahr ansteigt. Und man müsse eben jetzt was tun, um präventiv vorzugehen. Und somit unterstützt er eben auch diese Studie. Wie sieht es denn jetzt aus für Frauen, die ein erhöhtes Risiko haben und zum Beispiel zu Ihnen kommen würden und sagen, bei mir in der Familie, meine Mutter hatte Brustkrebs oder meine Großmutter hatte Brustkrebs. Ist das eine Kandidatin zum Beispiel, jetzt mit Tamoxifen behandelt zu werden? Das ist dann eine Kandidatin, der man diese Option nennen kann, wenn ausgeschlossen ist, dass es eine genetisch veranlagte Brustkrebserkrankung ist. Da muss man sie eben testen, ob sie eine BRC1 oder 2 Mutation hat. Aber wenn sie die nicht hat, also wenn sie quasi nur ein familiäres Risiko hat, aber nicht diese genetische Veranlagung, dann muss man darüber reden, dass wenn sie fünf Jahre Tamoxifen nimmt, sie das Risiko an Brustkrebs zu erkranken, reduzieren kann. Aber das ist ein Medikament, das hat Nebenwirkungen und die muss man natürlich dann auch gegenrechnen. Also diese Frauen haben letztendlich Gewichtszunahmen, diese Frauen haben Hitzewallungen, die Frauen haben, zunehmende Anzahl von Thrombosen und es gibt auch Todesfälle aufgrund des Tamoxifens, sei es an Gebärmutterkrebs oder wie wir heute völlig neu erfahren haben, auch an unklaren Hauttumoren. Also es passiert schon was in dieser Studie. Es rechnet sich in Anführungszeichen noch auf jeden Fall für die Brustkrebserkrankung, aber es ist die Frage, ob das Risiko es wert ist, an anderen Sachen zu erkranken und auch letztendlich diese Nebenwirkungen zu leiden, um nicht an Brustkrebs zu erkranken. Das ist sehr individuell und ich glaube, darauf läuft es hinaus. Wir wissen jetzt, dass es einen Vorteil hat, den kann man auch prozentual bemessen, aber man muss die Frauen eben letztendlich darauf hinweisen, dass das nicht ohne Nebenwirkung abläuft. Und dann sind wir letztendlich da, dass es individuelle Entscheidungen bleiben werden. Es wird nicht für alle Tamoxifen geben, sondern es ist eben die Frage, was hat die Frau für ein Risiko und was möchte sie nicht erleben? Hat sie eine Mutter gehabt, eine Oma, die sie begleitet hat am Sterben an Brustkrebs? Das sind natürlich dann Kandidaten, die möchten sich vor sowas schützen. Wenn sie nur gehört hat im Fernsehen, dass man das Risiko senken kann und sie hat überhaupt niemanden in der Familie gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich sehr zurückhaltend, beziehungsweise ich würde die Nebenwirkungen schon auch in den Fokus leiten, damit sie dann für sich entscheidet, das zu machen. Es sind letztendlich, der Effekt ist nur nachgewiesen nach fünf Jahren. Das ist eine lange Strecke eines Medikamentes, das tatsächlich Nebenwirkungen hat. Auch Depressionen können auftreten unter Tamoxifen, also das ist nichts Leichtes. Also wenn ich Sie so höre, ist der Preis nicht billig, den ich bezahle. Das heißt doch einige Nebenwirkungen und ziemlich massive Nebenwirkungen, die ich eben ertragen muss, um eben mit der Angst, vielleicht die Angst zu reduzieren, dass ich an Brustkrebs erkranke. Nun haben wir ja die Zahlen gesehen, dass tatsächlich ein Vorteil da ist. Wie sieht es denn mit dem Gesamtüberleben? Also konnte man da zeigen, dass die Frauen dann auch länger leben gegenüber den Frauen, die kein Tamoxifen nehmen? Da hat sich Jack Cusick meines Erachtens auch ein bisschen neblig ausgedrückt. Es gibt wohl weniger Frauen, die an Brustkrebs erkranken, aber die Gesamtsterblichkeit an Brustkrebs für alle Frauen ist wohl nicht verbessert, dadurch, dass tatsächlich Brustkrebserkrankungen verhindert werden können. Das müssen wir auch alle nochmal ein bisschen nacharbeiten, um das zu verstehen. Aber nochmal auf das Zukunft, was Sie gesagt haben, es wird sehr individuell bleiben, wenn eine Frau als größtes Monster diese Brustkrebserkrankung hat in der Familie. Dann wird sie das Tamoxifen nehmen und dann wird man ihr das auch rein herzens verschreiben können, in Anführungszeichen. Und dann ist sie sicherlich auch eher bereit, diese Nebenwirkung zu ertragen. Aber wenn sie nur hört, dass es ein Medikament gibt, ein Gummibärchen, dass man nicht an Brustkrebs erkrankt, den Zahn muss man ziehen. Das ist es nicht. Das ist ein echtes Medikament, was wir ja bei Brustkrebserkrankten einsetzen. Und da muss man eben tatsächlich individuell aufklären. Man darf auch nicht vergessen, in Amerika ist das Medikament zur Prävention, also zur Vorbeugung erlaubt. In Deutschland ist es dafür nicht zugelassen. Das kann man immer machen, aber die deutschen Gesundheitsbehörden sehen das immer noch ein bisschen zurückhaltend. Vielleicht jetzt nach den aktualisierten Daten, dass da ein bisschen Bewegung reinkommt. Aber es ist, wie gesagt, nicht etwas, was jetzt jede bekommen muss, nur um nicht an Brustkrebs zu erkranken. Nun haben wir ja auch gesehen, fünf Todesfälle an Endometriumkrebs zu sterben. Wie können wir denn das eventuell reduzieren? Und was würden Sie sagen, wenn Sie eine Frau jetzt aufklären und sie möchte gerne das Tamoxifen nehmen, wie können Sie ihr die Angst nehmen, dass sie eben dann an einem Endometriumkrebs verstirbt und nicht an Brustkrebs? Es wäre schön, wenn ich das könnte. Es geht darum, dass man sie aufklären muss. Ich meine, in Deutschland sind ja doch viele Frauen zur regelmäßigen Vorsorge beim Frauenarzt. Und das bleibt auch dabei. Also wenn Sie Tamoxifen nehmen, würde ich den Rhythmus nicht ändern. Man nimmt nicht Tamoxifen und kriegt Gebärmutterkrebs. Das braucht auch eine Zeit, bis sich das letztendlich bilden kann. Und wenn die Frauen jährlich nach wie vor zur Vorsorge gehen oder Blutungen haben, die nicht normal sind, dann muss man über eine Ausschabung das Ganze klären. Prinzipiell ist eine Gebärmutterkrebserkrankung natürlich eine Krebserkrankung, aber die sehr gut heilbar ist. Deswegen war die Anzahl derer in der Studie, die jetzt letztendlich an Endometrium-Gebärmutterkrebs gestorben sind, nämlich diese fünf Frauen in der Gesamtstudie von 7000, schon so ein bisschen überraschend hoch, weil wir alle davon ausgegangen sind, dass die auch ein bisschen besser gemonitort werden. Ist nicht der Fall. Muss man darüber nachdenken. Also wenn ich das so zusammenfasse, sagen Sie absolut, Wenn eine Frau eben unter diesem großen Stress steht und einfach etwas haben möchte, um besser leben zu können, kann man das Tamoxifen durchaus geben, aber eben mit der Aufklärung und mit der gemeinsamen Entscheidung, dass die Nebenwirkungen nicht ohne sind, dass man die Nebenwirkungen berücksichtigen muss und letztendlich dann eben auch regelmäßig untersucht werden muss, zum Beispiel eben, dass kein Gebärmutterkrebs entstehen kann. Also eine gemeinsame Entscheidungsfindung zwischen Arzt und Patientin, Herr Dr. Bauerfein? So ist die Frage. Natürlich sollte es immer eine gemeinsame Entscheidung sein, aber eigentlich muss die Frau für sich alleine entscheiden. Also der Arzt kann hier nur sehr nüchtern die Zahlen bringen. Ich meine, es gibt auch andere Methoden. Sie kann jährlich zur Mammografie gehen. Wir wissen, dass Früherkennung auch sinnvoll ist. Natürlich verhindert es nicht die Brustkrebserkrankung. Also da geht ein weiter Baum auf. Ich würde Ihnen prinzipiell zustimmen, aber ich würde das Wort sehr individualisiert, nach sehr ausführlicher Erklärung und auch ein bisschen Bedenkzeit, das würde ich nur dazusetzen. Also es ist kein Automatismus, Hauptsache man kriegt die Frau aus der Sprechstunde raus, sondern da würde man sich vielleicht sogar ein oder zwei Termine mal machen. Ob sie das auch wirklich verstanden hat, nicht vom Intellekt her, sondern was es bedeutet, dieses Medikament zu nehmen. Ich halte es auch nicht für gerechtfertigt, dann nehmen Sie es mal für ein paar Wochen, wir schauen, wie Sie es vertragen. Das würde ich dann auch nicht richtig finden, sondern da muss ja schon bewusst sein, dass sie was auf sich nimmt, was ihr Leben tatsächlich und ihr Lebensqualität verändern kann. Herr Dr. Bauerfeind, ganz herzlichen Dank für diese offenen und sehr interessanten Worte. Gerne. Herr Dr. Bauerfeind, ganz herzlichen Dank.